Hallo meine Lieben, ich stehe hier mit dem Sekiro im Hideout und mir ist gerade etwas lustiges aufgefallen. Das klingt wie die Spinnen bei Resident Evil. Auf jeden Fall, ich bin jetzt hier, um euch zu zeigen, wie man die richtigen Antworten gibt bei Sub-Story 5. Ich hoffe, ich muss jetzt auch. Ich bin nämlich nicht die, die sich immer alles so merkt. Und warum ich jetzt sage die richtigen Antworten ist, mir ist aufgefallen, wenn man jetzt hier drückt und auf Sub-Stories geht, dann ist bei dieser Early Honeymoon Sub-Story nichts. Bei alle anderen sind Sterndal und hier bei Under the Table, wo wir den Typen unter den Tisch hätten saufen müssen, indem wir nach rechts und links schauen und ich immer in die falsche Richtung geschaut habe, die ist nicht fertig. Also die ist zwar fertig, aber nicht erfolgreich. Und hier Fast Food for the Heart ist auch fertig, aber nicht erfolgreich, weil sie kein Sterndal hat. Und ich will jetzt herausfinden, wenn man die richtigen Antworten gibt und man dann einen Sterndal kriegt. Ah, das reimt sich sogar, schau. Also. Na komm schon. Jetzt müssen wir kurz mit ihm reden. Das ist der Koji. 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 Er hofft, sie sind okay. Sie fragt, was passt nicht. Er sagt, ob wir dieses Pärchen gesehen haben. Er hat gesagt, sie haben geschnitten. Er weiß nicht, worüber, aber sie sollen da rüber schauen. Und wir sagen natürlich, wir sind besorgt. Also wir schauen jetzt hin. Und die Haruka sagt, gehen wir. Und wir gehen. Das sind die Ansässigen. Die reden darüber, dass sie gesehen haben, dass die ganz komisch sind. Und die Haruka zeigt uns gleich, wo wir hin müssen. Da sind sie. Und der Karrier sagt, ich hätte wissen sollen, dass sie so enden. Und wir kennen sie natürlich, habe ich richtig gesagt, aus Yakuza 1 und 2. Ich habe es voll richtig erklärt beim letzten Mal, die 2. Ah, Mizuki, ich habe gewusst, dass du mich anlückst. Warte, Akimoto. Du musst mir glauben. Nein, dieses Mal nicht. Ich fall nicht mehr drauf rein. Oh, hört auf. Ja, lass uns alle tief durchatmen und darüber reden. Nein. Ich weiß endlich, was hier los ist. Mizuki hat mich angeschwindelt, vom Anfang an. Hey, warte mal. Habt ihr euch nicht gerade verlobt? Ja. Er hat sich gedacht, dass sie endlich zu seinem einzigen, zu seiner Frau machen kann. Aber sie ist nur hinter seinem Geld her. Sie hat nie geplant, ihn zu heiraten. Du verstehst das alles falsch, Akimoto-kun? Habt ihr einen Beweis? Ja. Das erste Mal, dass ich dachte, dass etwas falsch ist, war ein Flug her. Ich habe mich selbst übernommen und teure Tickets gekauft. Aber sie hat ihr es zurückgegeben und stattdessen ein billiges genommen. Und deshalb musste ich neben meiner stinkenden alten Frau sitzen, den ganzen Weg nach Okinawa. Ich auch. Du hast es eingedauscht und hast das Geld, das über gewesen ist, für dich selbst genommen. Hast du das nicht? Da gibt es einen Grund, warum ich das gemacht habe. Ich schwöre. Und jetzt ist die richtige Antwort. Ich verrate euch nicht, warum, aber die richtige Antwort ist, she probably wanted to help the old lady. Das heißt, sie wollte wahrscheinlich der alten Dame helfen. Wolltest du der Dame helfen? Ist das klar, warum du deinen Sitz gegeben hast, Mizuki? Ja. Sie hatte schreckliche Rückenprobleme. Deshalb gab ich ihr meinen Sitz, der viel komfortabler war. Ja. Sie dreinschaut. Okay. Wirklich? Es tut mir so leid, Akimoto-kun. Ich weiß, du hast dich selbst übernommen, mir das teure Ticket zu kaufen. Oh, das passt schon. Du bist so eine nette Person, Mizuki-chan. Ah, jetzt sagt er auch, das passt schon. Okay. Vertraust du mir jetzt, Akimoto-kun? Also, nein. Das war nicht das einzige. Da gibt es noch mehr. Zum Beispiel im Hotel. Warum mussten wir separate Zimmer nehmen? Also, die Wahrheit ist, meine Mama hat herausgefunden, dass wir diese Reise machen. Sie sagte, sie will nicht, dass ich mit dir im selben Zimmer schlafe, weil wir noch nicht verheiratet sind. Und da ist jetzt die richtige Antwort. Überraschung. Das stimmt. Ich dachte, dass wenn meine Mama verrückt wird, also, I'm mad verrückt, sich aufregt und auszuckt. Ich dachte, wenn meine Mama auszuckt, dass sie vielleicht ihre Meinung über unsere Heirat auch ändern würde. Ach, richtig. Ich glaube, es ist gut für mich, an deiner Mutters Seite zu sein. Also, die Mutter, dass die Mama ihn mag, machen. Ja, das stimmt, Akimoto-kun. Aber, ich habe immer noch, es ist sehr, 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 sehr schwer, dir zu vertrauen. Ich meine, wir sind verheiratet. Wir sind, na, wie heißt's? Verlobt? Aber du ziehst nie deinen Ring an. Also, du trägst deinen Ring nie. Warum nicht? Also, die Wahrheit ist, ich mag keine Diamanten. Ich mag auch keine Diamanten. Ich mag Platin. Was? Ich habe eine Dokumentation darüber gesehen, über die Leute, die in diesen ausländischen Ländern, in diesen ausländischen Ländern, äh, sterben, unter, unter horrormäßigen Umständen in den Diamantenminen. Und ich konnte es nicht übers Herz bringen, einen Diamanten danach zu tragen. Ich habe natürlich gesagt, you should get her a new Ring. Das ist falsch. Nein, nein, nein. That's honorable of her. Das ist ja wirklich lobenswert, ne? Also, lobenswert. Das ist wirklich, wirklich eine... Es ist respektvoll, dass sie das tut. Du solltest verstehen, was sie meint, sagt der Kirio. Ich konnte das Bild dieser armen, leidenden Leute nicht aus meinem Kopf bekommen. Also konnte ich ihn nicht tragen. Es tut mir leid. Ausflüchte über Ausflüchte. Oh, es tut mir auch leid. Ich wünschte, ich hätte das gewusst. Aber trotzdem... Vielleicht könntest du ihn nur für mich tragen. Ab und zu dann. Hä? Aber ich habe ihn doch schon... Eingesetzt. Ich meine... Ich werde es einmal für dich anziehen, wenn wir zurück in Tokio sind. Seid ihr denn schon versetzt? Oder? Warte kurz. Ich bin noch nicht fertig. Was ist mit diesen Dokumenten, die ich unterschrieben habe, als wir uns verlobt haben? Worum ging es da? Ha? Seid, man hat ihn dazu gebracht, Dokumente zu unterschreiben? Ja. Und es war ein Vertrag für eine Lebensversicherung. Ich habe mir nur Sorgen gemacht, falls dir etwas passiert, dass ich... Und warum bist du die Einzige, die was kriegt, wenn ich sterbe, wenn wir noch nicht einmal verheiratet sind jetzt? Weil es mein Job ist, die Finanzen der Familie zu handeln, zu... Oh, Händler. Jetzt ergibt das Wort Sinn für mich. Eventhändler. Ähm... Mich um die Finanzen der Familie zu kümmern. Ich bereite mich nur darauf vor, auf unsere Zukunft zusammen. Also... Ich habe gesagt... Jetzt muss ich selber lachen. Ich habe gesagt, even if you die, it'll all be okay. Das heißt, selbst wenn du stirbst, ist alles gut? Haha. Natürlich war die richtige Antwort. Sie wird eine großartige Frau sein. Ich muss gerade selber lachen, weil ich gesagt habe, even if you die, it'll all be okay. Wie hätte ich denn glauben können, dass das richtig ist? Ich tippe. Haha. Okay. Mitzuki wird eine großartige Frau sein. Ehefrau. Oh, jetzt mache ich beim Kiryu die Stimme. Ich verstehe. Ich wusste nicht, dass Mitzuki-chan so gründlich über unsere Zukunft nachdenkt. Akimoto-kun, ich bin so froh, dass du das verstehst. Mitzuki-chan, und was ist mit unserem Baby? Kannst du dich erinnern, als du mir erzählt hast, du wärst schwanger? Du warst schwanger? Du wärst schwanger? Wann ist das Baby bereit? Es ist schon zwei Jahre her. Also, es hat sich herausgestellt, dass ich mich geirrt habe. Ich war gar nicht schwanger. Und ich habe natürlich gesagt, false pregnancies happen all the time. Was natürlich wieder falsch war. Also, ich habe bis auf die erste Frage alle falsch beantwortet, das letzte Mal. Natürlich ist richtig, sie muss wirklich Kinder mit dir wollen. Keine Ahnung, was der Kiryu jetzt damit meint. Keine Ahnung, wo das herkommt und wie auf das kommt. Weil, ich meine, ich hätte gesagt, die verorscht dich. Aber, ja. Sie muss wirklich Kinder mit dir wollen. She must really want kids with you. Zack. Sie muss wirklich Kinder mit dir wollen, Akimoto. Sie hat sich wahrscheinlich gedacht, dass wenn sie es lang genug vorspielt, dass es eines Tages wirklich passieren würde. Aha. Es tut mir leid. Ich hatte so eine Angst, dir zu sagen, dass es keine richtige Schwangerschaft war. Ich wollte dich nicht sauer machen. Ich wollte dich nicht aufregen. Oh. Aber sei nicht traurig, Akimoto-Kun. Wie ist es denn? Wie ist es denn? Da gibt es noch eine Sache, die ich dich fragen muss. Was ist das, Akimoto-Kun? Liebst du mich wirklich? Was willst du damit sagen? Natürlich tue ich das, Akimoto-Kun. Dann lass uns heiraten. Genau hier, genau jetzt. Es tut mir leid, Akimoto-Kun. Ich kann das nicht machen. Aber warum? Hast du mich nach all dem wirklich nur benutzt? Es ist nicht, was du denkst. Grüß Gott, Bruder. Oni-chan? Alle schauen. Ah. Liebten. Sie sind verbunden. Sollte... Mizuki-chan war meine Freundin? Dann... ...dann ich... ...dann ich nicht... ...dann ich... ...dann ich meine Familie heiraten? Weil sie sind Geschüster. Warte... Warte... ...dann ich eigentlich meine Familie... ...dann ich... ...dann ich... ...jahoo! Yatta! Yatta zooo! Hihihi, sie jubelt auch. Also sie sind schon Familie, weil sie sind ja schon verwandt. Lass uns den Rest unserer Reise gemeinsam genießen, großer Bruder. Ich kann's nicht... ...also ich kann mir nicht helfen. Ich werde rot, wenn du's so sagst. Also... Also sie hatten Sex, weil sonst hätte sie ja nicht schwanger sein können. Also es ist sehr, sehr, sehr verworren. Aber wurscht. Ich hätte nicht mal gedacht, wenn ich's ein zweites Mal jetzt spiele, dass ich noch so viel zu sagen habe. Und ich habe so viel gar nicht gesagt, weil es impliziert eh schon dasteht. Aber diese Wendung... ...und zwar zweimal. Ja, zweimal. Zuerst, wo sie nicht schwanger war. Dann, wo sie nicht heiraten konnte. Und dann, wo sie verwandt sind. Das sind sogar drei Wendungen. Also, ich denke da war gar nichts um sich Sorgen zu machen. So jetzt am Schluss, wo ich drüber nachdenke. Ja, ich denke nicht. Und wir hatten... Wir hatten... Wir haben 10.000 XP. Zack, zack. Und... Achtung. Ich hoffe, ich habe das richtig gemacht. Aber... Und... Ja, ja, das kann man immer. Aber das will ich ja nicht machen. Sub-Stories. Und was haben wir? Ein Sternchen. So. Das nächste Mal denke ich nach, bevor ich Fragen beantworte. Und dann Blödsinn rät. Und so sagen würde, wie ich es im richtigen Leben sage. Weil es mir einfach teilweise echt wurscht ist, wenn die Leute so einen Shaz zusammenspielen. Also... So... Schauspielerisch mäßig. Ähm... Also wie gesagt, das nächste Mal bemühe ich mich mehr. Das war jetzt, wie man es richtig macht. Und wir sehen uns das nächste Mal mit einem neuen Video. Und wenn es weitergeht mit Yakuza 3. Und das Kapitel 4 wahrscheinlich aus ist. Also... Eine Sub-Story haben wir noch. Ich hoffe, das schaffe ich. Ich hoffe, das ist der Typ, der in grün da herum steht. Aber ich weiß es nicht. Das werden wir dann herausfinden. Und ja. Bis dahin. Alles Liebe. Macht's es gut. Und ciao. Passt auf euch auf.